Heute möchte ich einige Tipps und Tricks zur Verwendung des geometrischen Mittelwerts in Microsoft Excel vorstellen. Nicht zu verwechseln ist der geometrische Mittelwert mit dem im üblichen Sprachgebrauch verwendete Durchschnitt oder Mittelwert. Wir werden in diesem Video anhand eines Beispiels beide berechnen und auch den Unterschied herausarbeiten. Nun zum geometrischen Mittelwert. Wenn du Wachstumsraten über mehrere Perioden hinweg berechnen möchtest, kannst du den geometrischen Mittelwert verwenden, um den durchschnittlichen Wachstumsfaktor zu bekommen. Sehen wir uns das nun an einem Beispiel näher an. Angenommen, man besitzt ein Unternehmen oder eine Aktie oder eine andere Art von Beteiligung und wir erhalten für jedes Jahr eine Rendite. Das könnte so aussehen. Zum Beispiel im ersten Jahr bekommen wir 5%, im zweiten Jahr 10%, im dritten Jahr wieder 5% und im vierten Jahr 8%. Dann können wir den geometrischen Mittelwert wie folgt berechnen. Dazu schreibe ich hier geometrischen Mittelwert und setze das etwas daneben und hier den arithmetischen auch als Durchschnitt bekannt. Nun ist es so, wenn ich die Spalten etwas übersichtlicher gestalte, dann kann ich den geometrischen Mittelwert mit der Funktion Geomittel anwenden. Und zwar genügt es hier einfach den Bereich der jährlichen Renditen zu markieren, die Klammer zu beenden oder zu schließen und erhalte nun in Dezimalstellen den geometrischen Mittelwert. Ich setze hier noch die Darstellung auf Prozent und erhalte 6,7% als geometrischen Mittelwert über diese vier Jahre. Wenn ich nun im Vergleich den bekannten Durchschnitt durchführe, dazu gibt es auch die Funktion Mittelwert und führe das nun durch. Und wir erkennen, dass es nur einen minimalen Unterschied ausmacht, der Durchschnitt. Es ist soweit zu hinterfragen, dass ich den geometrischen Mittelwert meistens dort verwende, wenn ich statistische Ausreißer minimieren möchte. Das bedeutet, wenn ich hier angenommen 80% habe, so schlägt der normale Durchschnitt viel stärker aus als der geometrische Mittelwert. Das ist natürlich abhängig von der Datenbasis, die du bei der Auswertung verwendest. So, jetzt kann es aber sein, dass du in die Situation kommst, dass es auch negative oder Nullwerte vorkommen. Das bedeutet, wenn ich hier angenommen minus 5% habe, bekomme ich einen Fehler bei der Anwendung von geometrischen Mittelwert. Das bedeutet, wir müssen bei der Berechnung immer sicherstellen, dass es keine negativen Werte gibt oder auch Null. Wir können uns folgendermaßen abhelfen, indem wir sagen, das ist jetzt die Rendite und das ist die Rendite auf Basis von 100. Das bedeutet, ich könnte hier die 5% plus 1 setzen und erhalte nun entsprechend diese Werte, welche grundsätzlich ja positiv sind. Das bedeutet, ich kann hier nochmals die Berechnung durchführen mit den Geomittel und erhalte nun das Ergebnis auf Basis von 100. Wenn ich nun minus 1 rechne, bekomme ich nun entsprechenden Wert und bei der Mittelwertsberechnung ist das nicht notwendig. Hier kann ich auch bei der bisherigen Berechnung bleiben. Wie du siehst, ist das ein wesentlicher Faktor, den man berücksichtigen muss bei der Anwendung. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, eine manuelle Berechnung durchzuführen. Um nicht diese Funktion Geomittel durchzuführen. Diese setze ich folgendermaßen zusammen. Einmal als Anzahl und als Produkt. Das bedeutet, ich muss einmal die Anzahl ermitteln, in diesem Fall 4, und dann das Produkt. Dieser Werte. Und die Berechnung erfolgt dann als Potenz. Das sieht folgendermaßen aus. Und zwar, wenn ich hier auf die Potenz ausführe. Aus Produkt. Und 1 durch die Anzahl. Dann erhalte ich, wie wir hier sehen, auch in diesem Fall die 3,9%. Wie du siehst, kannst du mit diesen statistischen Funktionen die Datenbasis viel besser ermitteln und analysieren. Und falls du Fragen dazu hast, kannst du mir jederzeit einen Kommentar schreiben oder auch für Ideen und Wünsche. Und freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute. Bis dann, alles Gute.